warte ich guck sofort nach ich habe 38 kann ich vielleicht mal das riesige körperloch ja ich habe sogar gerade in der truhe noch ein paar mehr gefunden und da was ist denn alles an groß ich pack mal die wertvollen sachen alle hier in die kiste so 60 close down 40 gold klunden vier lohn roten magma creme das ist von dem lavaslime das zeug auch die hälfte von einem hausfeld so war ich werde glaube ich noch ein bisschen was zu bedenken was was das material von meinem haus angeht ich glaube ich baue wieder was mit ziegelsteinen oder so ziegelsteinen ja bist aber auch gut auf der suche nach nach leben nicht die ziegelsteine du kannst ja aus koppel kannst du ja ziegelsteine machen also du musst die ja zu normalen stein machen und die steine komprimierst du dann irgendwie zu ziegelsteinen da sie stehen ich weiß es nicht wie die heißen wie die heiße wie die heiße Komm schon, beißt an hier, Spasten. Ich will ein paar verzauberte Bücher bitte haben. Habe ich die mit meinem Gän gerade wehgetan? Ja. Geil. Nein. Ach ne, wie war das? Marmor findet man nur in der richtigen Welt, ne? Ja. Fuck. Ich brauch Marmor. Mein Marmor ist explosionsgeschützt, weil dann wäre mir nämlich das nicht passiert. Gibt es denn Marmor überhaupt im Alfa, würde ich gerade sagen, im Vanilla? Ich hoffe es. Ich war nicht mehr mal. Ich war nicht mehr dann... Ich war nicht mehr, wenn ich aber nochmal teilen. Ich war nicht mehr, weil ich wirklich mit meinem Alfa, oder? Ich war nicht mehr so schön, wenn ich meine Alfa im Alfa, wenn ich und ich jetzt hier mit meinem Alfa. Aber ich habe ja viel noch mal einfach, wenn ich mal alles bin, dass ich nicht ohne Alfa oder Alfa ist, Ich war nicht mehr so schön. Ich war nicht das Mal, ich war nicht zu mir. Soll, namensschildern fische, ich würde gern ein paar verzauberte bücher haben. Da kommt direkt eins, nice! Treue? Was ist denn Treue? Ja, sehe ich genauso. Ja, meine Frau backt mir Kekse. Geil. Ich freue mich. Neuzigkeit. Ja, so gehört sich das. Kekse für den Mann. Verzauberte Bogen. Okay. Ohne das zu wollen, ist mein Haus symmetrisch. Wie geil ist das denn? Boah, Junge, ich habe genug von diesen Lachsen, ey. Wie aus dem Schmökern. Kompendium oder ein Almanach oder sowas. Ich könnte hier sogar noch eine Mini-Etage draufzimmern, sehe ich gerade. So ein Dachboden? Ja, so ein Abdachboden. Ich gucke gerade nur mal, wie... Ja, kann ich. Voll geil. Oh. Nächstes Bauprojekt ist safe. Ja. Wie Marsch hat den letzten Blödsinn. Okay, danke für das Gewitter. Wenn ich diesen Dachboden baue, dann werde ich aber den Table und die Bücherregale einen nach oben versetzen, ne? Ja. Denk nur dran, wenn du die Bücherregale abreißt, dann sind die kaputt, du musst sie neu bauen, ne? Ja, das krieg ich schon um jeden. Ich kann es mal nicht lesen, aber krieg ich den. Ach, Gewitter, super. Bitte schlag dich in mein Haus, aber dann kann ich ja direkt neu bauen. Es donnerte zur Bestätigung. Danke, Tor. Bitte, Manners. Boah, es wird grad ziemlich düster, Alter. Ich gucke gerade aus dem Fenster, also es geht. Ne, hier im Spiel mal nicht. Achso. Ja, da auch. Ich stehe gerade an meinem Fenster und hab F1 gedrückt. Das sieht einfach nur geil aus. Oh ja. Ja. Und wenn es dann nicht so richtig so blitzen würde, so wieder. Ja, so. Ewigkeit. Ach, nein. Was ist das denn? Was ist das? Das sind Phantome. Was zum Fick sind Phantome? Ja. Danke. Für diese Auskunft. Komm her, du spast, hm? Komm her, du spast, hm? Ja, du spast, kommst auch zu mir. Was verlassen die dann? Äh, Haut. Ha. Also es ist wie bei einer Vorhautbeschneidung, ne? Ja. Hallo, Michael Jackson. Ne, du bist nicht Michael Jackson. Ist das dunkel. Oh ja. Oh ja.